hallo freunde servus zum neuen unboxing vielleicht wird es ein ganz kurzes und zwar habe ich heute wieder was gekriegt die post machen sich diesmal auch einfacher die klingeln nicht mehr wenn es eine art brief größe hat so wie dies hier ja dann wird das ganz einfach mal eben in den briefkasten geschmissen und dann wird auch wieder abgehauen werden was willst du da noch machen sondern längst so kurz vor feiern nicht kurz vor der los muss zur arbeit er stellt auch hier jetzt kann ich sie auspacken es muss nach der arbeit ist aber feierabend das bin ich zuhause jetzt mein unboxing so wie ihr seht das ist dann das paket amazon jawohl meine ganzen sachen habe ich bei amazon gekauft und zwei teile habe ich bei ebay gekauft und wie ihr sehen könnt sieht das mit dem die arbeitsprecher die ich vorher hatte wie ähnlich oder ja und dazu sagen die anderen arbeitsprecher habe ich halt für 106 geschossen also er steigert und damit versandte alt war ich dann halt bei 111 ja aber auch ich will euch ja nicht gerade hier reingehen und ja kommen wir holen sie mal raus so da haben wir die netten dingchen schön in schwarz schon mal von dem plastik raus geil oder absolut geil ich habe mich darauf gefreut ich habe war ich dann überlegen habe ich mir die led komme ich mir die noch nicht led und im moment schiebe ich nur träume geile aussieht wenn der fettig ist und leuchten und so ein bilder auf youtube gesehen wenn ich auf youtube gesehen sondern über amazon auch welche die das gehäuse gekauft haben etc die hatten teils an auch diese beleuchteten arbeitsspeicher drin gehabt und ja ich denke da habe mir keine ruhe gelassen nacht über die schlafen scheiß drauf kratzt jetzt das restliche geld zusammen was du hast und dann kaufst du die dinger also ich bin jetzt froh dass ich sie habe jetzt bin ich etwas mehr schlafloser als vorher das ist das schön da drinne geil herrlich immer was leuchten das neue mit originaler verpackung ich freue mich drauf ja was kann ich noch sagen und zwar problem ist ich habe bei die cpu gekauft haben wir so bei jemanden wo ich gar keinen empfehler da bei dem überhaupt noch was zu kaufen das schweige habe ich dann veröffentlicht dass rücksendung und geld erstattung und ich habe das ding ja nicht mehr erhalten ja es auch sogar nach dem eigentlich also jetzt letzten samstag und das wird das video draus ist jetzt vielleicht eine woche her oder zwei wochen her wo der cpu kommen müssen und in dem sinne kam aber nicht und ich hoffe doch dass ich das geld jetzt gut geschrieben kriege damit ich mir neue cpu jetzt die woche darauf also jetzt nächste woche das wochenende kaufen kann und dann kann ich endlich video machen wie ich den rechner zusammenbauen mit allen teilen und rechner gehäuse muss ich jetzt noch beim kumpel abholen was eingeliefert wurde weil ich konnte ich habe es irgendwie gekauft aber es kam nicht und ich verschickt müsste ich eine woche warten nein anderthalb monate ich denke willst du mich jetzt erst gekauft drei tage später aber das ding da wo ich habe von ihm alle die hohe ertragen dann ist das noch mal so ja so bis dahin würde ich sagen erst mal gut bis dahin bis zum nächsten unboxing macht's gut tschüss